Die Interesse an einem Fotokurs für Kinder und Jugendliche ist schon ein Interessenthema, das ich seit Jahren verfolge. Meine ersten Eindrücke von Kindern unter einer Kamera? In diesem Fall habe ich meine Kameratechnik in die Hände von Kindern in Kambodscha gegeben und war überrascht und erstaunt zugleich, wie und was diese fotografiert. Es ist wunderbar zu entdecken, wie Kinder die Welt sehen. Aus welcher Perspektive sie sehen, was ihnen wichtig ist festzuhalten. Wie nah sie oftmals herangehen, welche Winkel und Bildausschritte sie wählen und und und. Sie sind ungewöhnlich und einziger. An fünf Kurstagen haben wir verschiedene Locations aufgesucht, waren einen Tag in einer Stadt, haben verschiedene Fotoschwerpunkte gemeinsam umgesetzt, einen ganzen Tag lang individuelle Porträts erstellt. Mit meinem Fotoprojekt wollte ich die Jugendlichen animieren, die Fotografie für sich zu entdecken, um eben auf diese Art und Weise ganz persönliche Aussagen über die, sie umgebende Welt zu treffen. Die Fotografie ermöglicht ihnen eine neue und andere Form der Annäherung an ihrer Umgebung, eine neue und andere Ebene des Kontaktes und der Beschäftigung mit dem eigenen Selbst. Als Kunstform hilft sie, Innen- und Außenwelt zu entdecken, zu interpretieren und ganz eigen zu präsentieren. Ich bin sehr zufrieden. Es ist einfach schön zu sehen, was mit kleiner Hilfe an Enthusiasmus entsteht und die Teilnehmer ganz individuell ihre Sicht festgehalten haben. Als Highlight werden wir eine Ausstellung ausrichten und jeder Teilnehmer wird mit drei Werken auftreten. Ich bin sehr zufrieden. Natürlich möchte ich der Firma Ken herzlich danken für das Sponsoring von 10 Kameras für dieses Fotoprojekt. Dankeschön. Ich bin sehr zufrieden. Ich bin sehr zufrieden. Danke. Untertitelung des ZDF, 2020